Die haben im letzten Jahr eindeutig zu viele Punkte von uns gehabt und das, was wir gerade in Schalke gespielt haben, war nicht gut im letzten Jahr. Wir haben einiges gut zu machen dort vor Ort und wollen dies auch tun. Jetzt nach dem Spiel in der Champions League steigt das Fieber von Tag zu Tag und am Samstag wird es natürlich dann auch wieder ein absolutes Highlight auf Schalke in Gelsenkirchen. Die ganze Mannschaft freut sich auf dieses Derby, speziell unsere Fans und dementsprechend wollen wir denen auch ein nettes Bonbon schenken und versuchen auf Schalke dann auch zu gewinnen. Nein, keineswegs. Ich denke, dass es sehr angenehm ist. Ich persönlich freue mich auch sehr auf dieses Derby. Es ist ja auch mein 20. Derby, also dementsprechend sehr erfahren. Ich weiß genau, was da von mir verlangt wird. Es ist wichtig, von hinten raus auch Ruhe auszustrahlen, das auch meiner Mannschaft mitzugeben, dass wir uns wirklich nur auf das Sportliche fokussieren, dass wir uns nicht ablenken lassen und dass wir dann auch eiskalt zuschlagen. Die haben natürlich mehr gut zu machen bei ihren Fans. Wir haben ja durchweg die letzten Jahre sehr erfolgreich Fußball gespielt. Dementsprechend war das Derby zwar immer etwas Besonderes, aber nicht das absolute Highlight. Und ja, wir wollen aber dennoch auch unseren Fans da den Sieg schenken und wollen alles dafür geben.